Es könnte einfach sein, dass eine Regierungsbildung ohne AfD nicht mehr möglich ist. Normalerweise habe ich eine große Wertschätzung gegenüber Magdalena Hess. Allerdings spricht sie hier totalen Blödsinn. Die AfD steht bei Umfragen in Ostdeutschland bei 28 bis 31 Prozent. Und die anderen demokratischen Parteien haben gesagt, dass sie mit dieser rechtsextremen Partei nicht koalieren wollen. Und ich gehe dann davon aus, dass sie gemeinsam dann auch eine Koalition gegen die AfD bilden werden. Dieses Video, was Magdalena Hess veröffentlicht hat, ist sehr effektascherisch, populistisch und leider nicht aufklärerisch. Und führt dann dazu, dass sie Wähler ja demobilisiert, weil die ja denken, eine Regierungsbildung ohne AfD ist ja eh nicht mehr möglich. Wozu soll ich dann zur Wahlurne gehen? Und dann erreicht ja Magdalena genau das Gegenteil als das, was sie erreichen will. Dieses Video von Magdalena, das sehr effekthascherisch ist, hat mich besonders geärgert. Wir haben in den letzten Monaten erreicht, dass die AfD 5-6 Prozent in Umfragen in Ostdeutschland verloren hat. Dank der Demonstrationen gegen Rechtsextremismus, weil ja diese Deportationspläne bekannt geworden sind. Und wir sollten weiter am Ball bleiben und Tore schießen gegen den Faschismus. Und das wäre total wichtig. Und da schießt Magdalena ein riesiges Eigentor. Und er nutzt dem Antifaschismus leider nicht traurig.